Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP hier euer Dinger starten. Wir sind dabei, diese gassigen Spinnen zu töten. Das sie einfach nicht anders verdient haben. Das sie einfach Pimmel sind. Ja, das bringt hier gerade gar nichts. Aber hey. Das sie töten, die sind zu töten. Go runter, get over here. You know what, Alter? Fuck. Let's do it the hard way. Was wollt ihr machen, ihr Laufs, hä? Was wollt ihr machen? Gegen mich contesten oder was? Ich denke nicht. Lappens. Lappens in meinen Augen sind das. Das dritte Siegel ist gebrochen. Nur noch eins. Ja, ja. Ja. Das war's für heute. Komm runter. Das war's für heute. Das ist nicht akzeptabel. Ja, nervt mich. Oh ja, komm, hitter, 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 bla bla bla. Einfach mal schnell auseinandernehmen. Hier mal ne Kiste abgreifen. Das letzte Siegel ist gebrochen. GG well played. Was gibt's hier? Das war's für heute. Oh shit. Oh shit. What? Oh. Eins, zwei. Boom. 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 Das ist richtig, wie ich das mache, oder nicht? Ja, was saugt der denn andauernd, Alter? Ah. Warte, ich hab ne Idee. Ähm. Ähm. Nein. Wobei? Ich bin dran. Alter. Warum schießt der das nicht runter beim ersten Mal. Ah. Das war so klar, das war so klar, dass es nicht geht. Ich möchte das da runterholen. Alter, ich muss das irgendwie runterholen können. Wollt ihr mich rollen? Soll ich das jetzt so runterholen? Ich bin dran. Alter. Ich bin dran. Ich bin dran. Alter. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Macht, man! Saug! Ich weiß halt nicht, ob ich Damage mache, man, weil er diesen scheiß Panzer hat. Für mich ist das einfach, man muss dann da mit seinem Ding drauf. Ah, jetzt hat's geklappt. Schau einen an. Aha. Arschung. Och. Nein, Mann. Werfen Ich weiß nicht ob ich ihn richtig mache Musik Ich glaube, ich mache das falsch, aber ich weiß nicht, wie ich angreifen muss. Ich habe keine Zeit, um irgendwie... Ah, ja. Oh, ich glaube, ich habe hinten was gesehen. Ja, natürlich, Alter, muss ich von hinten angreifen. Wäre ja auch zu easy gewesen, ne? Um das Ding einfach nur zu zerschlagen. Ich finde, ich bin keinem go-wasted. Ist dein Scheiß, Alter? Das hätte so easy sein können, aber nein! Ah, wir haben das letzte Siegel geknackt. Was wir in zwei Minuten hätten knacken können. Wir haben einfach Zehen gebraucht. Well done. Ja, ich glaube. Kein Bock darunter. Was ist das denn für ein Schlangen-Dämon? Genau, piss dich lieber. Volles Leben haben wir. Natürlich folgen wir dem Schlangen-Dämon. Totally. Ich bin ein besuded. saidkann. Ein Ansgar-Jung. Nein, hier ist ihre Explosion-Dämon. War jetzt nicht so der Übergegner War okay, konnte man mal contesten Ah, das war's auch So, jetzt holen wir die Skelettsch-Basten weg Einer nach dem anderen Erst geht der down, dann geht der down Dann geht der down erstmal Und dann geht der Schlangen-Demon down Oh, ein neuer Competitor Sogar drei neue Competitor Was habe ich denn jetzt für eine geile Combo gemacht? Natürlich Ja, das habe ich gerade gelernt, Jungs Dann muss man einfach mal Ding das Ding dran werfen Dann macht man einfach den Süße Moves Ah, Leute, jetzt gehen wir auf die Eier, Alter, ohne Witz So, Nummer eins Okay Okay Greif dich halt nicht an Nehme da door Und down gehen sie Einfach so Just like that So Bewegen wir uns Oh, hier müssen wir fliegen Fliegen, fliegen, CC Fliegen ist gut Fuck Und wir sind tot Ja, so ist das, wenn man seinen Haken nicht ausgewählt hat Das ist traurig, aber Nein, ich dachte, das wäre auch ein Haken Das Spiel verarscht mich Sag Haken Haken Kein Haken Jetzt Haken 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 Wand Sehr gut Wurde fast getreuet Ich dachte da oben wie ein Secret Aber Unshine Not Unshine Absoluttly Fucking Not Let's go Und Best Wurde fast Wurde Ich habe keine Zeit für eure Scheiße. Ich habe keine Zeit für Scheiße, ich habe keine Zeit für Scheiße, ich habe keine Zeit für Scheiße. Ja, ein bisschen Damage könnte ich machen. Ah, noch einer, ne? Lockdown. Noch einer. Oh, nee. Ich habe auch gemeint. Ich möchte zu dem Typen hier. Genau, ich will den ausschlitzen. Oh, geht ihr mir auf die Eier, Leute. Das gibt's gar nicht, ey. Oh, nein. Nein, nicht die Scheiße anvisieren. Sag dir doch nicht die Scheiße anvisieren. Ach, wenn der Typ da an der Seite nicht so auf den Sack gehen würde. Mann, Alter, das ist so easy. Aber nein, die müssen uns ja alle aufregen. Ja, komm, Alter. Halt deine Fresse. Ich bin da nahe, um meine Superfähigkeit für euch Lappen zu verschwenden, Alter. Das stimmt. Ich bin wirklich. Ich werde dir das Fleisch von dem Knochen reißen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir sind schon über der... Ach, scheiße auf die Zeit, Alter. Das machen wir jetzt hier noch, ey. Als solche unabandene Wichser werden geklemmt. Soooo So wo ist der Spass Kein Ding alter ich rasier dich schnell So was ist mit dir? Ich möchte auch sterben wie ich sehe Kein Ding sind alle verreckt Die Verrasing ist auch alle verreckt Die Pisser So Da war zu ne Dann War da zu? Na ich glaube schon Egal wir gucken einfach ob da zu war in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen meine übergeilen Pelikaner Haut rein und bis zum nächsten Mal